Moin Leute, ja ich bin den ganzen Tag Motorrad gefahren, deshalb entschuldigt meine Frisur, aber ich denke, dass euch das auch eh ziemlich egal ist, was ich für eine Frisur habe. Ich mache mich ja hier zum Horst, aber darum soll es auch nicht gehen, es geht heute um Werbung. Mir ist aufgefallen, dass in letzter Zeit wirklich jeder Furz als Werbung gekennzeichnet wird. Also ganz egal, was irgendwie wo gepostet wird, es steht Werbung drunter. Es ist natürlich vollkommen richtig, dass eine Kennzeichnungspflicht für Werbung herrscht. Wenn ich zum Beispiel ein Produkt zur Verfügung gestellt bekomme, darüber ein Review mache und dieses Produkt behalten kann, dann ist ein Gegenwert da. Natürlich ist das kennzeichnungspflichtig. Und bei aller Unabhängigkeit, die man natürlich als Blogger und YouTuber versucht sich zu erhalten, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, wer beißt schon in die Hand, die ihn füttert. Ja, und deshalb ist es natürlich absolut richtig, dass eine Kennzeichnungspflicht herrscht. Jetzt gab es ein paar Fälle, wo Influencer, welche die halt auch eine große Followerzahl haben, rechtliche Probleme bekommen haben wegen Schleichwerbung. Das heißt, die haben irgendetwas in ihren Bildern getaggt und das aber nicht als Werbung gekennzeichnet. Dazu muss man natürlich sagen, wenn jemand, der, weiß ich nicht, hunderttausend oder Millionen Follower hat, wenn der irgendwie ein Furz markiert, dann verkauft sich dieser Furz wie geschnitten Brot. Das ist vollkommen egal, wie der Furz riecht. Ja, der geht weg wie warme Semmeln. Und deshalb muss sowas auch gekennzeichnet werden. Wenn aber jetzt dadurch eine Unsicherheit entsteht und jeder, der irgendetwas öffentlich postet, nur weil er möglicherweise ein bisschen, also weil er irgendwie Angst davor hat, eventuell rechtliche Probleme zu bekommen, wenn jeder pauschal alles als Werbung markiert, dann verwässert das total. Wir werden auch komplett desensibilisiert. Ich habe mich da schon so dran gewöhnt, dass alles als Werbung markiert ist. Ich nehme das schon gar nicht mehr wahr. Also das, normalerweise sollte ja eine Kennzeichnung, Werbung, sollte ja ein Signal sein. Es sollte einfach sagen, hier, stopp, pass auf, was jetzt kommt, da ist in irgendeiner Form ein Gegenwert vorhanden. Und das bedeutet natürlich nicht, dass diese Meinung, die dort, oder diese Empfehlung, die dort ausgesprochen wird, das heißt nicht, dass die falsch ist. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite ist auch davon auszugehen, dass diese Rezension, das Review, natürlich nicht total vernichtend ist. So ehrlich muss man da einfach mal sein. Da muss man sich nichts vormachen. Wenn jetzt aber wirklich jeder alles als Werbung markiert, dann gewöhnen wir uns einfach daran. Und es ist halt einfach in Zukunft alles Werbung. Ich scrolle durch Instagram, sehe zehn Bilder, alle zehn Bilder sind als Werbung markiert. Ja, aber eigentlich ist es nur eins. Das Problem ist natürlich, wo ist die Grenze bei der ganzen Geschichte? Ab wann ist eine Kennzeichnungspflicht vorhanden? Das Problem ist, ich kann euch da auch keine Empfehlung geben. Ich bin da rechtlich nicht sattelfest und kann euch da nicht beraten. Aber für mein Empfinden ist es halt so, wenn ihr euch zum Beispiel etwas kauft, ihr kauft euch eine neue Kamera, ihr freut euch über diese neue Kamera, macht da ein Foto mit und postet das Ding. Das ist für mich keine Werbung. Das ist, da freut ihr euch drüber. Das ist im besten Fall, ist das eine Empfehlung, weil ihr sagt, Mensch, hier, ich habe mich für die und die Kamera entschieden. Natürlich ist das für den Hersteller der Kamera gut, weil er bekommt natürlich in gewisser Weise eine Empfehlung. Er bekommt in gewisser Weise Werbung. Aber ihr habt ja nichts davon. Das heißt, ihr werdet überhaupt nicht davon profitieren. Also mir ist da kein Fall bekannt, dass jemand, der irgendwie 500 Follower hat, nur weil er ein Bild mit seiner Kamera postet, dass er deswegen dann gleich irgendwie da was für bekommt. Also was weiß ich, Geld oder auch Produkte oder so. Genauso finde ich es total absurd, dass Models meine Bilder posten und dann irgendwie mich darauf verlinken und dann das als Werbung kennzeichnen, nur weil ich verlinkt bin. Oder die haben Accounts für ihre... Heute hat ja alles ein Account. Die Hunde haben ein Account, die Meerschweinchen haben ein Account. Ja, manche haben sogar ein Account für ihr Sofa und für ihre Zahnbürste. Ja, und wenn ich das alles irgendwie verlinke, dann muss ich das doch nicht als Werbung kennzeichnen. Also mich würde da vor allem mal eure Meinung interessieren. Ich finde, das allergrößte Problem ist einfach diese Desensibilisierung, die wir da momentan erfahren. Wir gewöhnen uns so total daran, dass alles als Werbung gekennzeichnet wird, dass einfach die Signalwirkung von einer eigentlichen Kennzeichnung total flöten geht. Und deshalb sage ich ganz einfach, hört auf, jeden Furz als Werbung zu kennzeichnen, wenn es keine Werbung ist. Ich freue mich da mal auf euer Feedback, wie ihr das seht. Vor allem auch, was meint ihr, ab wann sollte etwas als Werbung gekennzeichnet werden? Erst dann, wenn da auch wirklich ein Deal im Spiel ist oder auch dann, wenn man einfach nur etwas drauf verlinkt. Ein Ort zum Beispiel. Ich finde das mit den Orten so absurd. Wenn ich zum Beispiel in einem schönen Hotel bin, da Urlaub mache und dann morgens ein Foto vom Balkon poste, dann markiere ich ja oft den Ort, an dem man ist. Das ist für mich keine Werbung. Das ist eine Empfehlung. Werbung ist es für mich dann, wenn dieses Hotel gesagt hat, Mensch, komm noch mal ein paar Tage zu uns. Ja, lass es dir gut gehen. Du brauchst nichts bezahlen für das Zimmer. Verlink uns aber auf deinen Fotos. Das wäre dann kennzeichnungspflichtig. Also, ich freue mich auf eure Kommentare, wie ihr das seht und sagt Tschüss.